Hallo und willkommen zu Lone Star, wir spielen Gibbous. Ja, wir sind hier in dieser Stadt in Transsilvanien angekommen und müssen das Internet neu einrichten. Ja, und jetzt sind wir gerade hier so ein Wandgemälde hier irgendwie anzugucken. Ist irgendwie ein Drache drauf mit einem alten Typen und Feuer und der Stadt und schauen wir uns das doch einfach mal an. Ja, erzähl doch mal. Hallo? Ist er jetzt hängen geblieben? Äh, hier ist die Maus. Just peep it yourself, Mr. Art-Kritik. Okay, die Katze hat mir wieder nichts zu sagen. Ein intrikant monochromes Mural in starken Kontrast mit den intensiven Farben all around it. Es scheint eine ziemlich konvolutete Geschichte zu erzählen. Ja, da haben wir auch irgendwelche Katzen was mit zu tun und Drachen, Katzen und dann Drache. Ähä. Und... Und was ist hier noch so zu sehen? Irgendwelche Tentakelmonster, Leute die davon rennen. Und rechts sieht aus wie eigentlich wie ein Affe oder sowas fast. Ja... Dann weiß vielleicht der Olde was. My word, that's... That's gorgeous. This is my homeland, Kitty. She doesn't care. Schade eigentlich. Ich hoffe, wir haben auch Ihren Impfausweis dabei, damit wir sie hier überhaupt ins Landheim reinbringen können. Es sind die Stadt's ancienten Walls. Du kannst fast hundert Jahre der Geschichte fühlen, ähm... Leakten? Von... ...dem? Ich bin nicht gut an das. Ach... Pretty damn impressive, if you ask me. Nice walls. I'm not having her scale those intimidating walls for no good reason. Ach. Right now they're just for admiring. Naja, okay, gut. Da haben wir sonst nichts. Erstmal reden wir mit dem alten Mann. A senior citizen enjoying his time on that bench. He seems really peaceful. I'd rather do the talking. Uh, good evening. A good evening to you, young man. So, sagen wir doch mal wie schön es hier ist. Such a pretty town for you, Maris. Yes, and an old and storied one, too. Oh, if these walls could speak. The birds, the deaths, the wars. Maybe it's better that they can't speak. Ja, ganz schöner Ausblick. Boy, what a sight, huh? Yes, 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 it is superb. The rolling hills with their scents of hay and white flowers. The gently grazing herds. Sometimes I wish they placed this bench the other way around. But, uh, I guess, this way you can admire the mural. Is the painting old? Ha, 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 ha. Old? Yes, older than most things in this town. How old exactly, though, I cannot tell you. Kennt ihr die Geschichte dahinter? Is there a story behind it? Yes, there is. But do you have the time to listen to it? Klar. Yes, I do. Now, legend has it that a long, long time ago, on top of a mountain overlooking four Maris, a Solomonar, that's an ancient wizard, was conjuring thunder and rain when, below, a terrifying Balaur, that's a dragon, attacked the town. The masks, sworn defenders of the town, could not defeat the dragon, but could not live, either. So they sent an innocent young shepherd girl by the name of Miwara and her dog, Azor, to beg for the Solomonar's assistance. Miwara and Azor's journey up the mountain was not without peril. See? The Solomonar had laid many traps and cunning magical obstacles to stop anyone from disturbing his ritual. But Miwara and Azor were smart and agile and resilient, so they made it to the mountaintop and told off the dragon's attack. But the Solomonar was red with anger and could not see beyond the fact that a girl and her dog had conquered his defenses. And since they had proven to be smart and agile and resilient, he transformed Miwara and Azor into a black and a white cat, forever cursed to roam the hills and mountains without ever resting again. Then he did make his way down to Formaris and found it in smoldering ruins, and the masks all but defeated, making their last stand against the beast. He fought the dragon for three days and three nights and finally crushed it down into the mountain, burying it in the bowels of the earth. Afterwards, he cried tears of remorse for foolishly cursing the shepherd girl and her dog and erected a monastery in their remembrance. That castle above the town that everyone fears, its steeple is all that remains of the monastery the Solomon are built ages and ages ago. It became corrupted, and some folks say that it's from the evil that the remains of the dragon still hold. I hear the masks are once again guarding the castle now that its rightful heir has returned, but who would risk going all the way there to see if it's true? Not many, dear. Not many. Das klingt nach einem Job für uns. Wir sind doch sicher the rightful heir. Wow, that was fascinating. I'm glad to hear you say that, young man. I'm still here to tell the story, but for how long? No one really knows or cares about it other than me and the masks themselves. Maybe once I'm gone, so it shall disappear into oblivion. Let's hope not. Ja, dann gehen wir doch mal, auch wenn ich immer noch nicht weiß, wie wir jetzt in die Klappe reinkommen, um das Internet zu reparieren. I'll be off now. Have a nice evening. You too, young man. Goodbye. Tja. Was machen wir denn jetzt? Hm, hm, hm. Was haben wir denn dabei? Hm. Nur Müll, so wie es ausschaut. It's the dreaded Necronomicon. Uhuhuhu. Tja, ja, ja. Und nu? Da war das Fenster, da war der Typ. Aber wir haben ihn schon verspottet. Later. Aha. Die weiß auch nix. Hm. What is the significance of the divided heart? It is clearly a corollary of the coronary metaphors which permeate the opacity and quintessential divergence of pervasive aesthetic hierarchies in the artist's oeuvre. Uh, I agree. Ich könnte nicht mal sagen, ob das ein vernünftiger Satz war. Ich werde dir eine Kritik geben. Indeed, indeed. Da ist auch eine Katze, aber Kitty interessiert sich dafür nicht. Vielleicht hat Kitty eine Idee. Hm. Rodica and Istvan. Quirky couple, huh? I've hardly ever had the opportunity to see how people react to you prior to my transformation. I've gotta say, Buzz, it's not looking good for you. We are just running into an inordinate amount of generally misanthropic types. I swear to God. If you say so, bro. Ja, ist nicht unsere Schuld. So, what are your thoughts on this I-only-trust-you-if-you-can-drink-literal-poison situation? Happy it involves you, not me. I was thinking more potential advice and less schadenfreude. At least your vocabulary is starting to improve. We obviously have to find some way for you to become temporarily immune to their deadly kerosene water. It would make sense for someone around here to have an idea about how to do it. Where do you think we should be looking for someone to help with the Zuika-thing? Probably the inn, right? That makes sense. Luca's such a nice guy, isn't he? He's in stark and welcome contrast to all the grouches in the inn. That's for sure. Ah, sweet irony. We should try and help him with his crush on Anna, right? I'd normally say no, but he is our one ticket out of here, so I'll reluctantly have to agree. Yeah, we have to solve this Internet-and-GPS-Problem for what Maris is having. Hey, you always sleep on my Wi-Fi-emitter. Yeah, it's nice and warm. That doesn't make me an expert on network infrastructure. Is there like a cable we could be following or something? We'll look into it. What the heck was all that calling me Corvinus? Yeah, it feels like there's something we're missing. But I guess that's just the new default state. Corvinus? Hmm. Na, wie gefällt's ihr denn? So, how you like in Transylvania so far, kiddie? It's the greatest. Really? Not. Oh, okay. I've had enough tourist-information stuff for a while. Oh, man. What a neat-looking balcony. I'd love to have one just like that. It looks like it's part of the ancient city walls. Even better. It's not mine to use, though I'd love it to be. She doesn't need to go up there. It's a girl with a cat on a leash. That's an interesting cat there. Behave, kiddie. I know, I know, you haven't said or done anything. Just saying. Und die Katz hat gerade gebellt. Hello, little girl. Hi. My name's Buzz, and this is my cat, kiddie. Nice to meet you. I'm Maria, and this is What in the name of all that is sacred and holy? Your kitty can talk. Yes, she can. For some reason people don't usually notice. Oh, my, God. Is she magical? As magical as they come. Cool. So, dann fragen wir doch mal, warum ihre Katze bellt. That's a unique looking doggy. He's not a doggy, silly. Can't you see, he's a kitty cat? Can't you see, he's a kitty cat? We're really stretching the definition here. But how come he barks? Well, he was raised by a doggy. Duh. His adoptive mommy was a kerbathian sheepdog. Oh, nice. An actual son of a... Well, that's a very cool and unique story. So, his name is, uh, Kiskus. Uh-huh. That's how you get his attention. I want to name him something else, but I haven't come up with anything better yet. I understand. Kssks. I am now the second most embarrassed cat around. Was macht sie denn so? What are you up to, Maria? Oh, just walking. He gets real empty if I don't walk him at least twice a day. He likes that, huh? Yeah, he's the happiest kitty when he's in nature. I'd love to take him on a walk in the hills or in the mountains, but mom and dad won't let me. It's too far away. Did you happen to see a black girl around? No, I would have remembered that. Almost everyone around here is pasty white. It's so boring. Well, it hasn't been sunny in a while either, has it? No, and the weather's been crazy lately. Thunderstorm's out of the blue. That's why I can't walk in the hills anymore. Aha. I'm a tourist. What can you tell me about Forumaris? Well, everyone says nothing ever happens here. So... God, I hope that's true. Catch you later, Maria. See you! I am the one who knocks. Come to think of it, I'd better not. Ach, come. I am. Mag' gar nicht. Ja, hier war das Problem. Dass ich keine Ahnung hab, wie man da hochkommen soll. Hier ist das Kabel. Can't reach it. Not exactly short, but that hatch is way out of reach. Go get that hatch, girl. Fine. A barking cat, huh, kitty? Yeah, it's like that now I've seen everything bit in cartoons. Think we could use this kind of peculiarity to our advantage. Nothing really surprises me anymore, so why the heck not? Yeah, ich wüsste jetzt aber noch nicht, für was wir eine bellende Katze brauchen. Da fällt mir jetzt gerade gar nichts zu ein. Wir müssen aber irgendwie hier hoch... Kann ich denn mit der Startsruhe das machen? Unmöglichbar, und ich bin ehrlich gesagt, es zu bemerken. Es sind wie Schäden, die davon ausstehen. Das ist kein Katskradel. Kein Entschuldigung, oder? Nee, eigentlich nicht. Hier sind die... Vielleicht gibt er mir einen Tipp. Ja, das hat sie aber schon mal gesagt. Das ist kein Katskradel. Kein Entschuldigung. Den Kordron bringen wir auch nichts. Kann man die rausziehen? Müll kann man auch nicht nehmen. Trash? Na... Und Busteckel kann man uns auch nichts bringen. Kann man vielleicht das irgendwie mit dem Necronomicon mit der Tür? Behold den Necronomicon, fiebelte Chains und Locker. Falle in Aschen, bevor es die Pages... Ja, nichts. War aber ein guter Versuch. Tja, ja, ja. Mit dem Porträt stimmt was nicht. Mit dem Drawn ist vermutlich, weil es gezeichnet ist. Es hat nichts zu tun, nur, ich glaube, ich vermisse ihn. Er sieht so familiar, und ich kann ihn nicht spielen. Wer hat mich dieser Mann daran erinnern? Kidde, wer hat mich dieser Mann daran erinnern? Er hat mich zu töten, er sieht so familiar. Das hat man auch schon gefragt. Ich weiß, das wird schlecht klingt, aber... Sie sind alle irgendwie das gleiche zu mir. Ja, vielen Dank. Dann muss man halt alle abklappern. Das Kabel, das kennen wir schon. Da ist die Statue. Da ist der Wagen. Können wir ihn einfach klauen? Ich kann das nicht fahren. Der Trainer muss sich hierher sein. Er hat einen Schlüssel nicht dabei. Ja, ja, ja. Gehen wir nochmal in die Kneipe. Was ist dieses Hemd? Das ist das. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Luka, helf mich mit diesem Zuika-Thing. Nein, 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 nein. Danke. Du musst eine klarer Hände. Wenn du auf den Kauten stierst. Ja, ja, das hatten wir schon. See you later. Talk to. Okay. Vasil. Evening. Oh, es ist du wieder. Was ist das? See you around. Ian weiß ja noch was. So. Ja, was? Hm, wo war ich? Wie sollte ich es wissen, Son? Was? Äh, egal. Warum? Was? Bye. And welcome back listeners to Transylvania and Dina. Who will ever Romania? Talk to you guys later. Servus. Let me see here. Hm. Oh, well, apparently I have no idea who was thinking that, but, uh, oh boy, what a stinker. Maybe we're better off not ever knowing, right? Right. Right. Well. Schauen wir mal. Was bringt denn uns was? Das nutzt uns alles nichts. Ich wüsste auch nicht, was wir jetzt mit dem Mädel machen sollen. Was kann denn die Katze uns bringen? Woah, ein authentisch cool looking Transylvanian Castle. Da ist das Schloss. Man, I have to say, as far as background scenery goes, can't beat a castle on a craggy hill. You just can't. No way, not without some kind of transportation. Wherever she goes, I go. But we're not walking there. That's clear. He's just for watching and being in awe of. I'll just leave them to it. Nee, ist wohl nix los. Catch you later. See you. Sie weiß nichts. Da wissen wir auch erstmal nichts. Mit dem Fenster haben wir auch schon geschaut. Das gefällt ihm zwar irgendwie. Findet ihr das interessant, aber ansonsten hat er ja auch nichts, was er machen könnte. Ich hab auch kein vernünftiges Inventar. Ich hab auch kein vernünftiges Inventar. Das wissen wir alle schon. Zum Glück kann man das abbrechen. So these masks only obey the rightful owner of the castle? Yes. Him and only him. And they fear no one. No one? Fear? No. Revere? I suppose if ever Miwara and Azor would cross their path, they'd lay their weapons down before them, for their tale has been passed down through them for generations. So you really believe Miwara and Azor still roam the hills and mountains? Ha 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 ha. Who's to know, my young friend? What truly is out there? They might yet dread those pets again. Who's to know? Das wird mir also erst was bringen, wenn ich zu dem Schloss hochkomme, weil ich hab ne Katze, die reden kann und dann haben wir ne zweite Katze, die bellen kann. Erfüllt also genau das, was sie erwarten. Das hilft uns nur nix jetzt, weil wir erst das Internet wieder anschmeißen müssen. Äh, ne nochmal, braucht man die Geschichte nicht hören. I'll be off now. Have a nice evening. You too, young man. Goodbye. Ja, you too, goodbye, ist eigentlich ein gutes Stichwort. Schauen wir einmal auf die Uhr. Ja, genau. Ich würde sagen, mach mir hier doch ein kleines Päuschen und ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal.